Hohohohoho, so geht's auch weiter. Ähhhhh Lol, weil der Checkpoint Das ist schon wieder der komische, nee Das ist schon wieder dieses komische Checkpoint-Ding Ich hab jetzt wieder, hier paar sind tot und die Dinger sind auch weg Die Dinger sind auch schon weg Total komisches Speichersystem, warum komm ich da jetzt nicht? Ich komm da nicht hoch Hallo? Ähm Ich komm da nicht hoch What the fuck? Da ist nur nicht Paravent Hä? What the f- Jetzt, what the hell Irgendwie komm ich hier Das ist total merkwürdig, wie es das hier verhält Oh man Geiler Trick, ja Oh ja, geiler Trick Immer wieder zurücklaufen zu müssen Hm Oh das geht mir aber auch richtig aufm Sackeli Schon wieder, ne? Nicht lernfähig Egal! Wer braucht schon Akku, Akku? Akku, Akku ist für Versager Du versagst Crash Bash Spiele ich irgendwann mal Crash Bash? Ich glaube nicht Ich glaube lieber würde ich mich umbringen So, du Pimmelberger kannst weg Ist mir egal Das ist total Das ist total komisch, man muss irgendwie so um die Ecke springen Warum kann ich da Warum kann ich mal hier die Höhe ändern und dann wieder nicht Das ist irgendwie Das ist total komisch Huh Das ist alles komisch Achso, man stirbt doch da drauf Ohhhh Ja, wie soll ich denn in der Nidruhkiste Ohhhh, das Spiel macht mich fertig Mann Ohhhh Egal Ach Leute, weil ich da jetzt gegen gelaufen bin gegen den Fisch Ist er gestorben und jetzt kommt der Fisch gar nicht mehr Oh Mann Das Spiel ist broke durch diese Rückwärtscheckpoints ey Wie geil ist das? Ok, gute Nacht wieder Sorry dass ich dich gelangweilt hab Aber passiert mal What? Oder anfangen die ganzen Fischer zu töten Damit sie auch weg bleiben Das ist zur Not Muss ich jetzt halt die ganze Zeit in diese Dinger da rein springen oben Warte mal, wenn ich hier bin Sprech da vielleicht gar nicht rein Oder vielleicht... Ich fahre halt keine Ahnung welcher Höhe die sind, ne? Ohhhh Das kann man doch nicht sehen Alter Ahhhh Viel Spaß meine hübschen Jungs Und... und Leon Mit dir lernt man tolle Dinge Ja Das ist meine Stärke Neue Dinge beibringen Neue komische Glitches rausfinden Hier wo durchglitschen kann ich tatsächlich Das heißt gut aber Das passiert mir doch häufiger als ich's will Irgendwie lustige Bugs auslösen Ahhhh Das ist aber auch echt heute nicht... Nicht mein Tag Eigentlich schon... Eigentlich lief's voll gut bisher Das war... Das war auch kackengewagt Ja auch so dumme Flamme der Dummigkeit Ja guck mal da war das jetzt anders Uiuiui Äh Hier hin? Alter äh Ich möchte nicht mehr... Ich will das nicht mehr Ich möchte raus aus diesem Level Aus dieser Level Pfff Nein Dann wer ist ja die Level Ahhhh Levels Dummer Fisch Schwuler Fisch Wie ging das noch bei South Park? Der Witz der nur auf Englisch funktioniert Do you like Fisch Dicks? Fisch Sticks? Fisch Dicks? Then you're a gay Fisch Ne Die wandern mal auf Deutsch Äh auf Englisch meine ich Oh, Alter jetzt ist auch... Man! Du dumme Möcke mach mich nicht fertig Äh Ich hab sie grad ungelogen mit meinem Finger getötet Mit einem Finger Bin irgendwie stolz, aber irgendwie auch nicht So! Möcke Voll schlimm, weil ich quasi nur Frauen töte Das ist hart Oder das ist wieder so ein Fake Gerücht so Das nur die weiblichen Möcken stechen Wieder so eines dieser Irrglauben Könnte ich... Würde... würde gut in die Kategorie passen Man! was denn ich ist mein steuerkreuz manchmal kaputt oder war der steuerkreuz ich werde dieses level nicht mehr sehen aber das gleiche mit der lernt man tolle neue dinge dankeschön ich hänge ja auch schon seit 20 minuten oder so jetzt hier mann aber weil ich unfähig bin weil ich so dumm war mann hast du nicht sterben sobald du diese tnt drücke überquert hast das ist halt wahr du hast absolut recht dann spawnt die ja nicht neu oh gott das wird oh gott ich spüre schon wie ich das ganze noch mal von vorne machen muss geh aus du dummes feuer der dummigkeit what the fuck oh mann er wird halt echt nichts mehr glaube ich also ich glaube ich gehe gleich freiwillig raus und mache es noch mal damit ich mir diese kacke hier nicht immer wieder geben muss mit nochmal 30 meter zurück und bla und dummes kack arschloch level wieder ein standpoint klar gemacht die maske beim checkpoint mit wäre meine idee gewesen warum lass das nicht früher beziehungsweise warum lese ich es nicht früher in diesem Spiel gibt es von etwas eine sache mehr als in crash 3 meinst du mehr was denn ein edelstein mehr das hast du letztes mal schon gesagt du wirst alt templer ich weiß nicht mehr ob er das sagen wollte du wirst alt merkst nicht mehr dass die dinge schon mal alter was ist das denn ich habe keine lust mehr ist ja nicht nur dieses nervige wieder dahin laufen das bruder wenn sie ist ja auch die absolut absolute kotze mit komischen weiße coco die kann halt nichts die kann ich meinen doppelsprung ich kann auch keinen doppelsprung aber es ist ein fucking jump and run warum kann die kein doppel das ist voll sexistisch dass die frauen keinen doppelsprung kann die kann ich keine ahnung schleichen die kann ich weil die kann gar nichts die frau kann wieder gar nichts ja ja traveler's tale das habe ich schon verstanden aber sie kann mehr als den crash 3 zugegeben mann ich vermisse die pura und diese dumme eispair noch polar level darf nicht spoilern ein mehr ein ende mehr gibt es wahrscheinlich oh gott so wie soll das jetzt gemachtbar sein aha ja das war's das war's geil ne ich hab keinen bock man das ist doch so behindert ey was ist das für bonus level oh man wie lange habe ich jetzt hier verschwendet schon oh das geht mir jetzt richtig auf den sack der macht richtig kacke diese dumme mücken schwer wo kommt ja die schwer alle her ich hab dich schon wieder im flug erwischt das ding da irgendwie auch geklappt ey boah ich kreste aus ey Motherfucker wer hat mücken erfunden ey warum gibt es diese Fickviecher nicht immer noch ich weiß ein Bienen sterben aus aber die dummen mücken nicht man oh bin ich 25 wie ich grad verloren habe in der Scheiße ja jah danke jesus erst mal jesus antwort ich mal er kann da auch nichts für was hat mich denn getroffen ich renne jetzt einfach durch ist mir so scheißegal ist es mir so unfassbar scheißegal Oh, wenn ich noch 25 Mal sterbe, das ist mir egal. Ich werde jetzt nicht mehr warten auf irgendwas hier. Ich werde jetzt tun, als wäre es im Side-Level. Apropos. Boah, ich muss mich gerade echt zübeln, ne? Um wieder nicht verfassungswidrige, äh, Begriffe zu nennen. Ich, der war schon tot. What the fuck? Ah, Alter. Es ist immer noch auf einem humoristischen Wege hier. Aber Mann, ich glaube, der reicht, der war wirklich. Dummer, Pinker. Na, egal. Nein, nicht schon wieder Leute beleidigen. Nicht wieder bestimmte Volkstromen beleidigen. Seht ihr das als Volksgruppe? So. Checkpoint. In der Hoffnung, dass sie direkt an Levy um die Ecke ist. Die einfach durchrennen. Schaffen wir die ganzen Sprünge viel besser. Ja, guck mal eine an, ey. Verfickte Bumscheiße. So, sowas darf ich sagen. Das macht jeder. Außer ich. Da. Jam, 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 jam. Jetzt darf ich halt immer wieder da durch mit allen möglichen Hindernissen. Hier, du dumme behinderte Maske. Du kommst mit. Ja, direkt verloren. So, ich hab mir das vorgestellt. Alter, ich verliere noch wieder. Ich werde dir nochmal Game Over gehen an der Stelle, ey. Sterb! Woran bin ich jetzt gestorben? Bin ich einfach nur an dem Nitro gestorben? Ich hoffe es. Boah, gebe mir das wieder auf den Sack. Das ist echt unfassbar. Ich gebe mir aber auch einfach selbst auf den Sack, weil ich nicht fähig bin, klug zu handeln. Meine Haare sind breiter als ein Afro, ey. Gefühlt. Ich glaube, sie sind es nicht wirklich, aber es fühlt sich so an. Boah, du bist behindert. Ja, schick doch noch 26 von euch hierhin, ey. Bitte. Sind noch nicht genug da. Wie viele sind denn das? Oh, Alter. Ich streike gleich. Ich beende gleich das Level und mach es einfach nicht. Mann! Ich will nicht warten! Ich warte nicht mehr. Ich habe aufge... Ich warte nicht mehr. Nö. Ich habe doch gewartet. Alter, geht mir das auf. Es reicht jetzt mit behinderten, dummen Toden, ey. Mann! Ich bin Coco. Ich kann nichts. Boah, wenn ich die Bazooka hätte nicht, würde ich alle so ficken, ey. Wie soll ich meine es schaffen, ohne Damage zu nehmen? Ich kraft es nicht. Das bleibt ja jetzt leider diesmal nicht tot. Alter, ey. Das ist echt unglaublich. Hier gerade passiert. Das sieht behindert aus, glaube ich. Aber Mücken machen mich gerade sauer. Nicht gerade. Das macht mich immer sauer. So. Ja, mein Lieblingsabschnitt hier. So. Da muss ich hin. Ui. Na. Na. Uuuuuhh. Was ist das denn da? Oh, lol. Jetzt ehrlich? Turbo-Bodenwurf. Drücken Sie die X-Taste für einen härteren Bodenwurf vor dem Sprung. Hä? Wenn sie da sind, wenn sie am nächsten Punkt ist. Ja, einfach hier. Okay. Da bin ich wieder. Ei, 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 ei. Was ist das, die Spahn, meine Rumgeweine? Bis genau da, wo ich sie endlich geschafft habe. Die erste Craft-Craft. Das meine ich ja vorhin. Ich dachte, in Crash 3, hab ja auch gesagt, da gab es doch noch irgendwie eine stärkere Arschbombe. Boah, hatte ich mir vielleicht nur eingebildet. Aber es gab sie doch und sie auch. Das ist interessant. Da kann Coco auch zwei. Ja, okay. Das meinte ich sogar vorhin. Vielleicht kann sie das ja auch und vielleicht hat sie auch denselben Dings. Aber, ach, ist ja auch egal. Hier, fucking Zeitbuch. Das war ein Akt. Ey, wie lange habe ich jetzt gebraucht dafür? 20 Minuten, glaube ich. Boah, ey. Aber noch kein Folgenwechsel. Hey. Aber wir schaffen das Level zwar trotzdem noch, aber meine Fresse. Da braucht eigentlich einfach nur eigene Blödheit mit unter. Aber das war trotzdem scheiße. Zeit macht Laune. Das stimmt. Oh, nicht mit der Mucke. Das war sogar sehr gut, was ich gerade gemacht habe. Moment. Bestimmt Zeit. Ja. Wofür wird meine Geduld bedankt? Mit nichts. Mit To- Was? 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 Okay. 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 Meinetwegen. Ui, ui, der Ding geht ja schon halb unter. Wie ärgerlich war ich. Boah, aber ich den hier letztes Mal perfekt genommen habe, würde ich sagen. Und jetzt nicht. Egal. Ich muss nämlich tatsächlich rennen und springen. Crash 1 war ja wirklich ein Jump and Run. Man konnte nur springen und, äh, laufen. Rennen und nicht mal. Ah, ah, scheiße. Ah, scheiße. Da gibt es hier wieder eine Möglichkeit schneller zu fahren. Ich weiß es gerade nicht. Doch, ne? R1, glaube ich. Shit. Buh-Bam, 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 Buh-Bam. Jump, Run, Spin. Ah, ja, stimmt. Ah, Mano. Nein, shit. Also, Level gleich schon vorbei, ne? Ich habe nicht darauf geachtet, was ich für eine Zeit haben muss, um ehrlich zu sein. Hier, vielleicht bringt es noch mal eine Zeit. 1,19. Ah, oh, Gold. Cool. Frille. Gut, leider, Frille. Kurz, aber das TNT starten. Ach, welches dann? Ja, ja. 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 Egal. Hat geklappt. Hm. Wir sind's first try mit der Goldminder. Das ist schön. Nach dem. Foupa. Letzten 20 Minuten. Das ist meine willkommene Abwechslung. So, weiter geht's. Muschelme- Scheiße. An dem. Level 7 packst du auch direkt. Schwimmlevel. Nein. Ich werde sie packen. Ich werde das nicht schaffen. Ein bisschen, ein bisschen edgy werden. Ich schaffe es nicht. Ich kann das nicht. Ich bin schwach. So. So geweint. Keine Zeit-Sallenge. Plot-Twist. Shit. Mann. Ah, Gott. Die Störung ist wieder so unten. Ich hätte hier noch den einen... Scheiße. Den einen Wagen, den man in... Also hier bei den Wasserleveln in Crash 3, also dieses Unterwassergefährd, was man bekommen hat, was quasi wie ein... eine Maske diente. Was einfach dann, wenn man getroffen wurde, dann... hat man halt einfach keine... Dings mehr gehabt. Mann, ich kann nicht reden. Verfickte. Habe man einfach ein Leben verloren oder einen, ne? Einen Lebenspunkt von weiterschwimmen. Hier, wenn ich gleich das Fahrzeug habe, was ich hier, glaube ich, noch kriege. War es vorbei. War es einfach vorbei. Nicht direkt gut. Oh, Leute. Ich kann die ganze Zeit in diesen Superwirbler machen. Uuuuh. Gar nicht gewusst. Ging jetzt in Crash 3 auch unter Wasser? Wenn man... Toll. Das war uns zu wissen. Oh. Ja, okay. Ach. War dumm. Na, da hätte ich jetzt deutlich besser durchfahren können. War mir nicht vergönnt. Nein, du Arschloch! Oh maaa! Jetzt leg ich da hoch fest. Mann, ist das behindert. Oh. Sieht kein ekligeres Gefühl, als in... Crash-Spielen unter Wasser zu sein. Was man so diesen Dauerwirbler machen kann, wusste ich halt nicht. Gut, den haben wir aber noch nicht von Anfang an, ne? Aber trotzdem. Oh man! Oh Gott, oh Gott. Hänge ich eben auch schon fest. Ne. Elegant drumherum. Okay, mit dem Wirbeln macht sogar ein bisschen Spaß, hier lang zu fahren. Geh mich ganz ehrlich zu. Wenn ich aber gleich die Goldmedaille nicht hab, dann macht es keinen Spaß mehr. Da wollen wir, glaube ich, ja. Voll geil. Fahr da hoch. Mann, scheiße. Das hat sich schon gar nicht mehr gelohnt, glaube ich. Mann, ich wollte nicht wirbeln. Boah, fahr doch weiter. Sollten wir ja aufpassen hier. Dann dreh ich jetzt einfach mal um. So, ich muss doch da weiter. Ich war mir nicht sicher. Jetzt ist der Spaß auch schon vorbei. Ja, jetzt habe ich auch schon wieder meine Maske verloren. Durch irgendwas. Ich weiß nicht was, aber ist ja auch egal eigentlich. Ich bin mir eh von allem getroffen, was ich bei drei auf dem Bum. Bum, Bum, Bum ist. Auf dem Bum. Alter, man sieht auch einfach viel zu häufig nichts. Oh, das war knapp. Bam. Okay, das war gut. Was? Hä? Fuck. Shit, ich muss doch da lang. Ja, okay. Das war jetzt scheiße. Mann. Halt hol. Oh nein. Oh, Mann. Den braucht ihr. Definitiv. Das ist scheiße. Boah, dieses Level ist einfach nur schrecklich. Vielleicht wenn ich nur einen Fehler mache, alles nochmal, ne? Oh. Oh. Hallo? Okay. Nimm mich halt nicht mit. Okay, das ist... Ist das Platin? Nee, oder? Bin mir nicht sicher. Solange irgendein Relikt bei rumkommt, ist es dir auch egal. So, wir haben zwar 24 Minuten, aber ich war scheißen und produktiv, von daher war das okay. Äh, ja, komm, bin ich wieder am Ladescreen hier. So, wir haben jetzt mal wieder am Ladescreen. 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 Bis zum nächsten Mal.